Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer Runde Teamfight Tactics. Wir haben das ganze Ding ja schon mal im Livestream angespielt und da ist es eigentlich relativ gut angekommen und jetzt haben wir uns gedacht oder ich habe mir gedacht, ja wenn es schon, oh nein, jetzt habe ich keinen bekommen. Wen habe ich? Lulu. Toll. Gleich verkaufen. Ich habe mir gedacht, die Leute fanden das im Livestream relativ angenehm und wir hatten es ja schon häufiger, dass wir mal irgendwas abseits von Gwent gebracht haben und ich habe mir mal gedacht, dann spielen wir einfach mal ein bisschen Teamfight Tactics, vielleicht ein bisschen mehr. Dem einen oder anderen wird es gefallen. Für die, die dieses Spiel noch nicht kennen, Kurzfassung. Es ist ein Auto Chess. Auto Chess ist momentan eine, ich sage mal, Spielerei, die sehr, sehr, sehr beliebt wird und in Teamfight Tactics ist es einfach so, man sucht sich gleich Helden aus, das werden wir gleich sehen und kämpft. Und wir sehen oben rechts halt die Stärke der ganzen Spieler, man kämpft gegeneinander. Das ist halt im Prinzip ein, uuuh, ja was will ich nehmen? Die Frage ist, ob ich Lulu behalten will, aber ich finde eigentlich Lulu nicht so toll. Man kauft sich hier die Helden halt, unterschiedliche Helden kosten unterschiedlich viel und dann geht es halt darum, gegen andere Spieler anzukämpfen. Die Kämpfe sind alle automatisch, aber es ist trotzdem ein Taktikspiel, weil man kann eine Menge machen. Wir sehen oben links, hier in der Reihe gibt es verschiedene Kombinationsmöglichkeiten. Jeder Held hat halt zwei Kombinationen und je mehr man davon hat, desto stärkere Boni kriegt man mit den Helden, plus die Items, die man hat, kann man kombinieren, um stärkere Items rauszukriegen und ja, das macht schon eine ganze Menge Deepness in dem Spiel. Das ist leicht zu lernen, aber hart zum Meistern, möchte ich mal fast sagen. Die Sache ist halt, ich bin noch ein absoluter TFT-Nuke. Ich habe, glaube ich, bis jetzt, ich weiß nicht wie viel, wir haben im Stream, glaube ich, vier Runden gespielt, dann habe ich noch mal privat irgendwie noch mal so zwei Runden gespielt, also ich bin nicht wirklich der Beste. Kann ich auch noch mal kaufen. Den lasse ich lieber. Und ja, erwartet nicht zu viel, aber manchmal wird einfach ins Spiel nicht besser, wenn man sie nicht regelmäßig spielt, also von daher werden wir mal so ein bisschen was versuchen. Ich habe noch keine Ahnung, was ich jetzt versuche, welche Helden ich mir auspicke, was ich versuche. Ich kenne schon natürlich so ein paar Sachen, die sind ziemlich stark. Also ich weiß, dass momentan Gunslinger wunderbar sind, Assassinen können stark sein, Draven ist sowieso extrem für manche, aber man kann sehr viel spielen. Also ich habe auch, glaube ich, schon sehr viele Leute zugeguckt, die irgendwas gespielt haben, was jetzt vielleicht nicht für viele Leute OP war. Gucken wir einfach mal, wie es bei uns läuft. Machen wir einfach mal eine Runde. Okay. Jetzt kommen schon die Grüße. Oh, da ist ein Pike. Pike hätte ich ganz gerne, Tristana hätte ich aber auch ganz gerne. Ähm, wenn ich eine zweite Fiora habe, brauche ich Fiora vielleicht für die Blademaster. Dann hätte ich auch einen Chen kaufen können. Ich kann mir jetzt aber noch so einen Chen kaufen. Ich denke nicht wirklich, dass ich einen Wawik brauche und ich denke auch nicht wirklich, dass ich einen Garen haben will. Dann hole ich mir lieber noch einen Chen und spiele einen Chen. Dann kriegen wir sofort den Ninja Bonus. Jetzt habe ich zwei kein Geld. Jetzt werde ich jetzt mal wieder ein bisschen was sparen und mir vielleicht nicht jeden Helden holen. Aber er hat auch noch nichts. Er hat nur den Dreier Imperialen Bonus. Also viele habe ich irgendwie das Gefühl, gehen momentan auf die Imperialen, dass sie halt den Bonus von denen kriegen. Also hier solche Einheiten. Ne, Noble waren das. Genau, Noble. Ähm, haben wir gnadenlos verloren. Shit happens. Ich überlege wirklich, ob ich auf Assassinen gehen sollte. Aber ist das so gut, so früh im Spiel zu tun? Ich weiß es nicht. Und ich habe das größte Problem, was ich in diesem Spiel habe, ist, ich kenne mittlerweile so ein bisschen die Helden, aber ich kenne noch nicht die ganzen Item Kombinationen. Also da kann wirklich noch eine Menge schief gehen. Oh, ein weiterer Pike. Ich könnte mir einen Graves und eine Fiora holen, ne? Dann hätte ich die abgegradet. Frage ist, ob mir das irgendwas bringen würde jetzt. Eigentlich nicht so viel. Also Graves kann ich mir holen, weil der ist sowieso mitten im Rennen. Wobei ich kann ich auch sehr schnell durch den Pike einfacher setzen. Die Hora hole ich mir auch mal abgegradet. Ich tausche die gegen Shen aus. Einfach weil sie vielleicht dann ein bisschen stärker ist. Ich denke mal, die werde ich sehr schnell weghauen. Wobei Fiora könnte ich tatsächlich behalten. Oh, da gehe ich auf ganz länger. Mit Blade. Ah, sieht man schon, der Gegner hat einen Pike. Hat auch schon ein paar mehr Helden. Killed wenigstens noch den Pike. Nein. Ich bin aber gar nicht mal so traurig, wenn der Start am Anfang so schlecht läuft. Okay, also mein WS-Brown-Arby. Ah, ich kann auch versuchen, einen Ganslinger zu nehmen, ne? Aber einen Ganslinger und Assassini. Jetzt habe ich schon ein paar Assassinen. Ich würde tatsächlich ganz gerne noch einen Kha'Zix kriegen. Dann hätte ich den wenigstens abgegradet. Wird aber auch nichts. Ich könnte mir jetzt auch schon ein zweier Ganslinger-Bonus holen. Mit Tristana. Dann habe ich zumindest einen Bonus. Je schneller man sich auch uplevelt, der hat auch schon drei Level 2. Ah, okay. Aber wir kriegen vielleicht relativ bald einen Pike auf Level 2. Und das Wichtige ist halt wirklich, warum ich am Anfang jetzt mal versuche, nicht so stark zu spielen und sehr viel zu verlieren, weshalb ich letzter haben will. Weil wir haben immer gleich einen Champions-Pink, wie wir es am Anfang hatten. Und je weniger Punkte man hat, desto schneller kommt man ran und darf sich die guten Helden aussuchen. Das ist jetzt so ein bisschen mein Ziel. So. Und ich will Wollibear haben, wegen dem Item. Ich könnte aber auch noch einen Pike holen, ne? Aber ich nehme mir mal lieber einen Wollibear. Weil ich will das Item haben. Pike wäre meine andere Wahl gewesen. Dann hätte ich einen 3er Pike. Das heißt, ich hätte Pike upgraden können. Aber ich will dieses Item vom Wollibear haben. Okay. Müsste er Maui gänzen im Pike. Vielleicht hat er den auch schon häufiger. Ich weiß jetzt noch nicht, wo der ist. Da gab es doch einen hier. Da, Pike. Hat aber bis jetzt nur einmal. Okay. Guck mal, einfach mal. So. Warwick, Warwick, Niederlegalmen. Kannst ja nicht. Schon wieder keinen Held, den ich brauchen kann, ne? Bam, bam, bam. Langsam wird es halt auch kritisch. Langsam will ich halt aus irgendeinem guten Bereich rauskommen. Oh. Ich habe einen Pike übersend. Das passiert mir noch so häufig. Ach, keine Held, den ich haben will. Das ist einfach der nicht wirklich will. So. Die Frage ist, wenn ich mit dem Ausrüsten von Items anfange. Ähm, den will ich jetzt mal verkaufen. Habe ich jetzt mehr Gold. Und ich habe das Batula. Das Batula, habe ich gemerkt, kann man kombinieren mit Items, um Klassen zu erschaffen. Das heißt, ich könnte jetzt einen weiteren Assassinen. Ich könnte irgendeinen meiner Helden zu einem Assassinen machen. Jo. Pike. Okay. Und wir haben gewonnen. So. Das werde ich wahrscheinlich ganz, ganz, ganz zum Ende nutzen. Gangplank gefällt mir relativ gut. Weil ja ein Pirat unten ganz länger ist. Fiora denke ich werde ich nicht wirklich lange spielen. Wie wollen möchte ich auch noch nicht. Ich will ein bisschen Gold sparen. Je mehr Gold man spart, desto mehr Gold verdient man halt. Also von daher riskiere ich ein bisschen ins Fressbrett zu kriegen, aber dann vielleicht ein bisschen mehr Gold zu haben am Ende. Der ist schon Stufe 6. Der hat ja schon richtig gezahlt, dass er gute Helden hat. Okay. Das ist nicht so gut gelaufen. Aber gut, gegen Stufe 6, der hat schon eine Menge investiert. Er hat auch kein Gold momentan. Aber wie gesagt, ich versuche mal am Anfang ein bisschen mehr ins Gesicht zu kriegen und dann am Ende ein bisschen mehr rauszukommen. So, gucken wir, wie das funktioniert. Okay, da haben wir noch einen Gangplank. Oh, da haben wir endlich, endlich haben wir noch einen Kha'Zix. So, dann kann ich mir noch einen Gangplank holen. Ich könnte noch, will ich noch einen weiteren Graves haben? Shen habe ich halt auch hier. Ah, komm, hol ich mir den mal. Die Frage ist jetzt, möchte ich was investieren? Ich glaube mal sogar, ich werde noch was investieren und werde mal noch einen Gangplank aufs Feld schicken. Einfach nur, damit ich den Ganslinger und den Pirate Bonus jetzt habe. Das heißt, ich kriege jetzt pro Spiel, was ich gegen andere mache, 4 Gold extra. Und Ganslinger Bonus ist auch nicht verkehrt. Dann machen wir die noch ein bisschen extra Schaden. Liebe es, wenn sie bei denen immer einen fokussieren. Not. Weil die einen sich komplett voll, wenn der eine stirbt, aber man schafft es trotzdem. Die sind jetzt nicht wirklich stark. Ich kann halt auch mal langsam anfangen, Ausrüstung auszugeben. Da haben wir noch einen Pike. Das gefällt mir sehr gut. Jetzt könnte ich eine Schwibbel Tristana kriegen. Graves spare ich mir noch an. Die Frage ist, ob ich wirklich Tristana haben will. Wobei, ich könnte mir am Ende theoretisch jetzt noch eine Miss Fortune holen und könnte die auch noch zum Assassinen machen. Also bis jetzt habe ich sogar mehr Ganslinger als alles andere. Aber auch nur, weil Graves gerade noch ein ganz Länger ist. Blade Master. Aber den Blade Master Bonus brauche ich nicht. Da war ich zu langsam. Egal, da habe ich irgendwie langen Graves drin. Äh, Gang Kling drin. Dann langsam, ich gerne mal den Assassinen Bonus. Der Draven heilt sich natürlich immer extrem hoch. Den kriege ich nicht. Doch, den kriege ich noch kaputt. Buh! So, jetzt gibt es immer 4 Gold extra. So, was haben wir jetzt hier? Lissandra, Zett. Zett wäre natürlich auch interessant, ne? Ich kaufe mir erstmal noch einen weiteren Graves. Dann hätte ich den jetzt schon einmal auf Stufe 2, ja. Zett würde ich mir auch, glaube ich, nochmal holen. Ah ja, einfach ein Assassine und Ninja ist. Wenn man nur einen Ninja auf dem Feld hat, dann macht er 40% mehr Schaden. Also kann ganz gut sein. Ich habe, glaube ich, momentan ein bisschen zu viele Helden. Also da muss ich, ich muss wirklich noch lernen, wie es halt wirklich drauf ankommt, ob man wieder auf geringere Helden geht und die speziell herausfiltert. Oder ob ich jetzt auf eine breitere Masse gehen sollte. Und ob ich vielleicht jetzt langsam mal Items, der hat mich schon auch mit Stufe 2 Pike und hat den ziemlich gut ausgerüstet. Ah, so eine Items machen einiges aus. Aber egal. Wir kriegen unser Geld. Ich bin auch wirklich mit Fiora noch nicht so zufrieden. So, dann haben wir noch einen Kha'Zix. Ich könnte theoretisch 3er Assassinen-Bonus reinkriegen, ne? Ich glaube, ich werde mal Fiona verkaufen. Ich werde mal einen Set reinpacken. Und werde tatsächlich mal meinen Pike aufrüsten. Jetzt ist nur die Frage, wie. Ich glaube sogar, das und das war ganz gut. Okay. Jaaa. Also Pile-Caut schon ganz gut rein, aber ich glaube, es reicht nicht gegen den Warwick, oder? Wobei er... Naja, reicht nicht. Ganz knapp. Aber er hat den Attack-Speed. Okay, aber wir dürfen wieder zuerst picken. Was will ich haben? Ähm... Fiora... Ich denke, ich würde sogar eine Akali nehmen. Die ist weitaus besser als ein Set. Ist auch eine Assassine, ist ein Ninja. Hier. Da wurde Katharina gepickt. Spatula gibt es tatsächlich diese Runde gar nicht. Okay. Jetzt muss ich nur gucken. Die hat halt schon ein Item. 20 Start-Mana mehr. Äh... Dann nehme ich jetzt mal einen Set raus. Und tausche den gegen die aus. Frage ist, ob ich Set jetzt überhaupt noch brauche. Wayne oder so. Brauche ich alles gar nicht. Weil ich glaube, ich werde mir sogar mal noch ein Level holen. Und... Möchte ich eine Tristana noch in die Arena schicken? Ich denke fast ja. Ja. Ich habe keine Ahnung, ob das eine gute Kombination ist, ob ich die auch stelle. Aber ist mir jetzt egal. Geil. Problem bei den Ninjern ist, diese Ninja-Boni hat man entweder, wenn man einen oder vier auf dem Feld hat. Oh, das ist schon wieder der mit einem OP-Pike. Das heißt, Zed und Akali würden sich nicht zusammen lohnen. Aber egal. Unsere Zeit wird kommen. So, was haben wir jetzt hier? Renga noch. Der ist glaube ich ganz gut sogar. Ist noch ein weiterer Assassiner. Ich überlege, ob ich Dinge jetzt hier rauspacke. Gangplank. Weil dann kriege ich... Naja, ich kriege keinen Assassinen-Bonus. Aber ich verliere auch keinen... Ich verliere einen Piraten-Bonus. Hm. Okay, ich denke mal Shen könnte ich sogar verkaufen. Gangplank würde ich ganz gerne sogar noch behalten. Ah ja, Warwick schon. Na ja, alle haben schon ihre... Dreifach-Helden. Aber ich noch gar nicht. Ich hab noch relativ Dog-Shit. Aber es geht halt, ne. Kommt so relativ gut mit. Aber ich muss langsam mal investieren. Weil ansonsten wird es jetzt hier hart. Und ich hab auch noch eine Menge Items zum ausrüsten. Ich hab jetzt aber auch meine Bolt. So, gucken. Was kriegen wir jetzt? Noch eine Akali. Das ist relativ gut. Okay, ich denke mal Shen werde ich verkaufen. Ähm. Ich denke, ich möchte einmal rerolen auch. Äh. Schluss hier ein Poppy für... Nichts für mich. Noch ein Graves, noch ein Kha'Zix. Den nehme ich. Frage ist, ob ich Shen behalten werde. Aber ich denke eher nicht. Bringt mir ein weiterer Grace was. Der bringt mir auch momentan nicht wirklich viel. Kann ich ihn trotzdem mal nehmen. Oh, Evelynn gefällt mir. Und Gangplang. Okay, jetzt muss ich aber was hier von ihr loswerden. Komm. Verkauf Tristana. Problem ist, ich hab grad noch viel zu viel Auswahl, ne? Oh. Jetzt die Frage, was will ich haben. Komm. Verkaufen mal Grace. Kauf noch die beiden. Oh, wir haben sogar gewonnen. Ich hab grad überhaupt nicht auch gegen die Wölfe nur gekämpft. Ja gut, die können sowieso nichts. So, Monokai sind überhaupt nichts für mich. Oh, nochmal Akali. Jetzt haben wir einen aufgewitterter Akali. Kathos. Will ich nicht wirklich haben. Evelynn. Die kann jetzt auch von mir aus ins Rennen rein. Wir haben immer noch Gunslinger genug. Das heißt, die kann raus. Kann Evelynn rein. Haben wir jetzt 4er Assassinenbonus. Ist in Ordnung. Items. Müsste ich nächste Runde auch mal verteilen. Es wird schnell unübersichtlich, ne? Oh, da ist ein Kathos-Ult. Okay, hat den auch nicht gerettet. Aber langsam kommen wir rein. Was ich wirklich furchtbar gerne haben will, wären Draven. Und vielleicht noch einen weiteren Platz in meinem Team. Weil dann kann ich den hier nochmal rein schieben. Okay. Astrox, Poppy, Valga, Tristana. Keine Helden, die ich wirklich haben will. Kindred, Zed, Ari, Ken, Varus. Auch nichts. Ah, ich sollte aufhören. Oh, ich krieg noch ein Gangling. Ich hoffe, ich habe jetzt hier keinen Rengal übersehen. Aber kommt mir nicht so vor. So, was kann ich noch kombinieren? Was will ich wem noch geben? Kali hat die. Was ist, wenn ich noch die Route gebe? Dann macht sie Splash-Damage und jedem Hit ist vielleicht gar nicht mehr so verkehrt. Oh, ich habe sogar noch einen weiteren Platz gehabt. Stimmt. Den habe ich ja gerade gekauft. Ha! Ich bin Noob. Ähm. Nein, sowieso noch meinen Schlechten. Der Gangling, der war einfach nur Bait. Dass er den hochhebt und die rausnimmt aus dem Kampf. Okay. Ich kriege nochmal ein bisschen Gold extra. So, Poppy, Nidale, Blitzkirchenkler. Alles nichts, was ich brauche. Möchte ich einmal revolen? Eigentlich nicht. Ich möchte aber den rausnehmen. Möchte dich hier vielleicht rein tun. Weil jetzt habe ich schon wenigstens 5 Assassinen. Jetzt habe ich doch einmal revolt. Oh, Katharina. Langsam kann ich auch den Piratenbonus, glaube ich, wegpacken. Ähm. Das heißt, ich könnte Graves und Gangplank rausnehmen. Die werden wir beide momentan nicht so viel bringen. Da war der, der schon relativ früh auf Level 6 war. Mal gucken, wie es jetzt bei ihm aussieht. Ah, der hat schon echt einen Draven. Und sogar schon extrem gut ausgerüstet. Ah, das ist halt die Sache. Draven, wenn man einen relativ ruhigen Draven kriegt, dann hat man einen relativ starken Helm zum Anfang. Ich hoffe natürlich, dass ich auch einen kriege. Ähm, da ist einer. Sogar mit einem ziemlich guten Item für mich. Ich darf aber nicht als erstes. Oder doch, ich darf ihn als erstes picken. Dann nehme ich mir den einfach mal. Weil ich glaube, den wollen viele haben. Miss Fortune wäre auch eine ganz gute Wahl gewesen. Aber wenn ich die ganz länger rauspacke, ist es nicht so schlimm. Okay, jetzt habe ich einen Draven. Ich kann Draven sofort zum Assassinen machen. Das heißt, ich habe einen 6er Assassinen-Bonus plus Draven. Was gar nicht mehr so verkehrt ist. Er hat nämlich sogar das richtige Item. Das heißt, ich spare mir halt noch was anderes. Ich würde ihm natürlich auch ganz gerne Lifestyle geben. Aber... Ähm, hm, hm, hm. Habe ich einen Cloak? Cloak bei Lifestyle, oder? Okay, gucken wir erstmal. Graves kann ich verkaufen. Dafür kommt jetzt ein Draven rein. So, ein Draven kriegt erstmal, dass er ein Assassine ist. Ich habe keinen Cloak. Ist natürlich jetzt nicht so schön. Boah. Ich brauche einen Magic Cloak. Aber ich warte einfach nochmal ein bisschen. Ich meine, ich habe einen 6er Assassinen-Bonus jetzt. Habe jetzt zwar nicht mal meinen Piraten-Bonus, aber es ist egal. Okay, Draven ist fort. Aber vielleicht sollte ich ihm ein bisschen was zum Überleben geben. Aber er hat seinen Job getan. Also kann ich mich nicht beschweren. Könnte schlimmer laufen. So, noch eine weitere Evelyn. Die nehme ich auf jeden Fall. Ähm, ich werde hier nochmal zweimal reinstecken. Frage ist, ob ich natürlich, äh, äh, irgendwas zum Überleben gebe. Giant's Belt, 200 mehr Leben. Gibt es irgendwas Gutes mit dem Giant's Belt? Ein Schwert Giant's Belt? Was hat ein Schwert Giant's Belt? Ich würde ihm jetzt nicht einfach ein Giant's Belt geben, weil... Also ich würde ihm tatsächlich ganz gerne entweder doppelt Schwert geben oder Schwert-Cloak geben, weil ich glaube, das war ein ganz guter Einsatz für ihn. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Das Problem ist ja weder Schwert noch ein zweites noch ein Cloak. Ich habe Draven eigentlich auch nur zum Assassinen gemacht, dass er einen Assassinen-Bonus kriegt. Weiterer Gang-Pling, den habe ich mittlerweile noch drin. Karsix, den hätte ich wirklich ganz gerne. Gang-Pling, na kann ich mir auch mal holen. Kann ich auch mal vorne packen. Ich denke mal, will ich einen Gang-Pling damit ausrüsten? Ich weiß nicht, das ist jetzt nicht so der Held. Was ist Giant's Belt plus das? Ich habe keine Ahnung. Nein, nicht Giant's Belt, Giant's Belt. Okay. Ja, dann hat Pike-Weges ein bisschen mehr überlebt. Wir haben zwei Tränen bekommen. Kein Cloak, nichts. Träne plus Schwert. War Mana-Wiederherstellung, oder? Ist das gut? Ich habe keine Ahnung. Also, wenn ihr noch irgendwelche Tipps habt, wie gesagt, was vielleicht ganz gut wäre für welche Held, dann könnt ihr das ganz gerne in die Kommentare schreiben, weil ich habe leider keine Ahnung. Oh, Pike. Okay. Wir stecken hier noch zweimal rein. Ich glaube, ich würde sogar voll gehen. Katos, Tristana, noch ein Kha'Zix. Packen wir dich erstmal aus Feldfurt. Kha'Zix kann ich aber durch Katharina noch austauschen. Jetzt habe ich zwar sieben Assassinen, aber das ist auch nicht so wichtig. Jetzt schon eine zweier Katharina, hat schon zweier Shen, dreier Warwick. Der Vorteil, den wir halt haben, ist, dass Draven halt mitspringt. Also, ich möchte fast sagen, Assassinen gehen ziemlich gut ab, wenn man den vollen Sechser-Bonus hat. Plus dann zwei Imperial-Bonus. Was bringt der nochmal? Doppelter Schaden. Entweder für Katharina. Wer war noch ein Imperial? Draven? Ja. Pike, Pike, Pike. Und Pike hat Red-Buff jetzt. Das heißt, der wird noch mehr abgehen. Okay. Möchte ich noch irgendjemanden hochboosten? Nein, ich möchte nochmal ganz kurz refreshen. Ich kriege noch eine weitere Akali. Das ist ganz gut. Hier habe ich zwar schon noch Stufe 2. Ich glaube, jetzt habe ich auch zu viel. Ich überlege sogar, ob ich einen Gangplank einfach kaufe. Bei Gangplank, werde ich den nochmal auf Stufe 3 kriegen? Ich denke ja nicht. Also, wenn ich jetzt irgendwas Besseres finde, dann werde ich den höchstwahrscheinlich nochmal auf Stufe 3 boosten. Okay. Uh, das sieht nicht gut aus. Ah, das ist schon wieder der mit dem Draven, der Stufe 2 ist. Was hat der schon für Items? Der macht uns immer noch nackig. Da ist ein zweiter Draven. Okay, dann werde ich mal Gangplank verkaufen. Evelyn, aber... Ja, Evelyn würde ich tatsächlich auch nochmal brauchen können wahrscheinlich. Kann ich noch einen Gangplank verkaufen. Aber erstmal ruhig mit dem, dass der Stufe 2 ist. Thrain, Imperial Demon Shapeshifter, Noble Knight. Haben wir einen Knight? Kein Knight auf dem Feld, ne? Klingt zwar ganz gut, weil es ein legendärer Held ist, aber ich denke, ich werde da erstmal passen. Okay, ich glaube, wenn wir jetzt sterben, sind wir tatsächlich sogar raus. Ich denke auch nicht. Also, wir kommen relativ gut mit, sage ich mal. Wir machen relativ gut Schaden, aber ich denke mal, den mit dem 3er oder 2er Draven und den ganzen Items, den werden wir nicht aufhalten können. Das ist momentan mein Problem. Okay, und Evelyn ist für you. Ich auch nicht useless, steht da unten einfach nur rum. Es sei denn, wir kriegen auch irgendwie gute Items. Oder einen guten Helden. Okay, da ist noch ein Draven. Ich brauche den Draven. Okay. Weil jetzt habe ich auch einen Stufe 2er. Problem ist, der hat jetzt die Träne auch noch automatisch. Das heißt, ich brauche noch irgendein Item, was gut mit der Träne funktioniert. Und ich habe nicht die guten Items, wie er sie mit seinem hatte. Aber ich habe ihn immer jetzt schon auf Stufe 2. Katharina hätte ich natürlich auch nehmen können, aber ja, ist egal. So. Träne, was passt gut zur Träne? Nein, heilt. Ich habe keine guten Einheiten für die Träne momentan. Keine guten Einheiten für die Träne. Ich glaube sogar, ich sollte meinen Assassinen ein bisschen verteilen. Ich glaube, das ist so die gängere Möglichkeit, mit Assassinen zu spielen, dass die so ein bisschen verteilt sind. Schwierig gegen den mit dem... Oh, Alter, was hat der für Items? 50% Heal. Attack-Range ist doubled. Ja, alle Julia. Dann noch mit einer Chogart-Ult, dass er alles lähmt. Man sieht es einfach nur, der rasiert uns mit seinen Draven. Also wer immer diese Kombination hat, der rasiert uns einfach nur weg. Das ist noch eine Katharina. Okay. Let's crank mal nur Kaiser Tristana ein. Noch einen Draven möchte ich haben. Ähm, was will ich weglegen? Tatsächlich hätte ich so lange noch eine relativ gute Chance, den abzugraden. Pike vielleicht auch Tristana. Wieso habe ich noch eine Tristana? Noch eine Akali, die möchte ich natürlich auch ganz gerne haben. Show-Guard wäre natürlich auch eine Option. Okay, das ist nicht der mit dem 3er Draven. Aber die machen auch ganz gut. Das war der mit dem Pike. Okay, Chris hat wahrscheinlich die Draven-Kombination, weil der ist momentan der Stärkste. Das heißt, wenn wir nochmal gegen Chris antreten, haben wir höchstwahrscheinlich verkackt. Aber lässt sich nicht ändern. Okay, wir haben Akali. Miss Fortune wäre auch noch eine ganz gute Wahl. Wir haben aber noch einen weiteren Kha'Zix. Frage ist, möchte ich Miss Fortune holen? Ganz länger würde ich Zweier-Bonus kriegen. Und sie ist halt auch nicht wirklich verkehrt. Aber ich müsste jetzt irgendwas verkaufen. Ich denke mal, ich werde eine Evelyn verkaufen, weil die würde ich jetzt sowieso nicht mehr vollkriegen. Ich könnte noch ein bisschen Ausrüstung vergeben. Ich habe einfach für die Träne... Die Träne mit Draven ist eigentlich wirklich so toll, ne? Nicht so gut wie Attack-Speed-Kombi. Was macht Träne und Recursive-Bow? Ah, komm. Das wird es einfach nochmal loswerden. Ich habe noch eine Evelyn hier. Ach, die habe ich ja gerade verkauft. Ich bin so ein Horst. Okay. Miss Fortune. Kha'Zix. Oh, wunderbar. Finally, Dreier-Kha'Zix. So. Kyle Morgana. Ja, ich würde hier nochmal ein bisschen reinstecken. Zweimal. Aber wenn ich jetzt gegen die Falsche antrete, werde ich sowieso weg sein. Das heißt, ich kann auch ein bisschen Items verteilen. Das und das kombiniert mit das. Und Tothalter-Verbündete. Ja, 10% Attack-Speed für Verbündete. Das ist in Ordnung. Gibt es irgendjemand, der unbedingt Mana braucht? Ah, komm hier. Er ist schon wieder der mit dem Dreier Draven, ne? Also, wenn wir jetzt nicht packen, sind wir sowieso tot. Ja, und alle werden gestunt. Komm schon. Das reicht nicht, oder? Das reicht aus. Reicht das aus? Das reicht aus. Okay, wir haben es gepackt. Uh. Wir sind noch im Rennen, Baby. Wir sind noch nicht raus. Aber das kann sich auch ganz schnell ändern. Weil wir haben jetzt zwar gewonnen, aber das heißt nicht, dass wir unbedingt dauerhaft gewinnen. Ich will unbedingt versuchen, jetzt noch den neunten Platz schnell zu kriegen. Da kann ich noch ein Miss Fortune reinhauen. Wenn ich Glück habe, kriege ich die sogar vorher nochmal auf Stufe 3. Habe ich noch ein ganz kleiner Bonus mit Miss Fortune. Weißt du, wenn natürlich, wenn ich nochmal einen Spatula kriege und einen Big Fucking Sword. Aber werde ich wahrscheinlich nicht bekommen, weil der könnte ich dann nochmal zum Assassinen machen. Aber das reicht mir eigentlich so, ne? Okay, das ist der mit... Also, es lebt nur noch der mit dem OP Pike und der mit dem OP Draven. Da kann man schon sehen, welche Helden, glaube ich, momentan sehr beliebt sind. Und auch, glaube ich, sehr stark sind. Ich meine, wir haben Draven und Pike und wir sind auch noch im Rennen. Also Assassinen knüppeln wirklich dicke rein. Okay, und der ist raus. Jetzt haben wir nur noch einen. Jetzt kämpfen wir nur noch gegen den guten Chris. Und wenn wir nicht aufpassen, dann macht er uns diese Runde fertig. Katharina nochmal Stufe 2. Gefällt mir aber nicht. Was hat denn der noch? Draven. Okay, jetzt hat er noch eine Kennen auf dem Feld. Ein Yordler, oder? Er stellt um. Okay, gucken wir mal, was er macht. OP Draven. Wir haben ihn einmal geknackt, aber das war nicht wirklich gegen ihn, sondern das war in diesem Show-Match-Up. Aber Draven ist tot. Easy. Boom. So, jetzt kommt nochmal das Helden-Karussell. Miss Fortune wäre gut. Swain, Ash, Nidalee. Nein, da nehme ich wenigstens noch ein gutes Item. Also es gibt nichts, was ich brauche. Aber ich nehme tatsächlich mal den Yordler weg, weil den könnte er vielleicht benutzen. Das ist halt so die Angst, die ich hatte. Weil ich habe gesehen, er hatte den auf dem Feld. Okay, das heißt, ich picke ihn jetzt einfach weg. Und, äh, also Gnar. Der heißt nicht Yordler, Yordler ist die Klasse. Gnar, Katharina nochmal. Ähm, verkaufen den. Leveln hier noch zweimal Attack-Speed. Gibt es irgendjemanden, der noch Attack-Speed haben will? Wenn nicht, gebe ich dir einfach jetzt Draven. Mein Gott. Okay, wenn er jetzt nicht großartig was umgestellt hat, könnten wir jetzt gewinnen. Das ist jetzt das letzte Match-Up, was es wahrscheinlich geben wird. Ähm, ich habe jetzt nicht gesehen, ob er was umgestellt hat. Ich hoffe natürlich. Er hat sich wahrscheinlich mehr verteilt. Er hat sich nach links gestellt. Shit. Gucken, ob es ausreicht. Killed den Draven. Okay, das müssen wir hinkriegen, oder? Ja. Boom, Junge. Da ist der Win. Oh, wir haben am Anfang glaube ich so abgenübt. Aber ja, wir haben am Anfang so abgenübt. Wer hat gedacht, dass wir schon nach der fünften Runde raus sind. Da habe ich euch nochmal ein bisschen getäuscht. Okay, hier sehen wir nochmal so ein bisschen mein Desktop. Ja, sieht die Ergebnisse. Er hatte keinen Helden auf drei. Ich glaube, das war allgemein eine sehr schlechte Runde auch für ihn. Aber er hatte halt diesen richtig starken Draven. Also Draven und Pike sind halt wirklich schon sexy Kombo. Und Draven mit sechster Assassin-Kombination, dass der halt richtig reinlutzt. Da machst du halt kaum was, ne? Wenn es wirklich doof läuft. Ich bin relativ froh, dass es geklappt hat. Ich bin relativ froh, dass wir die Runde gewonnen haben. Weil es am Anfang nicht so toll aussah. Weil ich halt auch noch, wie gesagt, ich habe noch von dem Spiel keinen Plan. Ich kenne auch nicht wirklich die guten einen Kombinationen. Vielleicht sagt jetzt der eine oder andere, du hättest Draven das oder das noch geben sollen. Warum hast du das nicht getan? Du hättest die Items mehr verteilen sollen. Ist aber auch egal. Wir haben es tatsächlich nochmal geschafft. War eine relativ knackige Runde. Und wie gesagt, ich werde jetzt wahrscheinlich, oder Julia wird wahrscheinlich auch mal wieder dabei sein. Wir werden jetzt wahrscheinlich nochmal so über die Tage ein bisschen TFT rausbringen. Also Teamfight Tactics. Und dann einfach mal gucken, wie es läuft. Ihr müsst das Ding ja nicht gucken, wenn es euch nicht gefällt. Aber wie gesagt, wenn es euch gefällt, dann lasst es uns ganz gerne wissen. Falls ihr vielleicht noch ein paar Tipps habt, weil ihr sagt, ihr habt das Spiel schon wesentlich länger gespielt. Das war jetzt, glaube ich, nicht mal meine zehnte Runde. Also von daher. Aber ich habe schon mittlerweile so ein bisschen den Dreh raus, was gut ist oder nicht. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen guten Tag. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, haut rein und ciao. Bis dann, haut rein und ciao.